Moin, im heutigen Tutorial gucken wir uns einmal Pneumatikraft an, in der Version 1.18.2.3.3.0. Pneumatikraft ist im Prinzip eine Technikmod, die mit der Verwendung von Druckluft verschiedene Aufgaben erfüllen kann. Wir haben generell die Druckphysik hier drin, wir haben viele Leiterplatten, wir haben viele Maschinen, Fließbänder, wir haben ganz viele abstrakte Maschinen vielleicht, könnte man so sagen. Und ich finde, oder ich vermute, dass dieser Mod recht kompliziert sein wird. Ich habe hier mal so ein bisschen rumprobiert, wie wir denn anfangen können. Zuallererst, es gibt ein Tutorialbuch, kann man sagen, das ist dieses PNCR Manual. Und wenn wir uns das einmal angucken, gibt es hier schon einige Informationen. Viele Dinge sind hier auf Englisch, ich glaube das ganze Buch ist sogar auf Englisch. Aber gut, wir fangen einfach mal an. So, zuallererst wollen wir zwei Dinge. Wir wollen so eine Pressure Chamber, das ist im Prinzip eine Werkbank, kann man sagen. Und als Endprodukt wollen wir hier dieses Finished PCB. Weil mit diesem Finished PCB, wenn wir es einmal hier rot draufdrücken, haben wir sehr, sehr viele Folgerezepte. Und so wie ich herausgefunden habe, ist das unser Startpunkt, richtig in Pneumatikraft einsteigen zu können. Weil nur mit dieser PCB, also mit dieser Finished PCB, können wir irgendwie alles erstellen. Zumindest ein riesen Großteil. Deswegen ist das unser Ziel. In Verbindung mit dieser Druckluftkammer, die als Werkbank dient. Aber zurück zum Anfang. Wir beginnen im Prinzip damit, dass wir erst einmal Compressed Eisen craften müssen. Compressed Eisen können wir erst einmal nur auf folgender Methode kriegen. Wir werfen Eisenbahnen irgendwo hin und jagen die in die Luft. Das machen wir jetzt einfach mal. So. Und jetzt sehen wir, wir haben hier andere Eisenbahnen. Ich lösche die 57 hier mal und nehme die jetzt auf. Und wir haben jetzt sechs Compressed Iron Ingots. Und mit diesen Compressed Iron Ingots fangen wir an, die ersten Rezepte bauen zu können. Also davon benötigen wir relativ viel. Das kann man später auch in dieser Chamber bauen. Aber um diese Chamber erst einmal bauen zu können, benötigen wir, wie gesagt, dieses Compressed Eisen zum Start. Und das erzeugen wir durch die Explosion. Gut. Das nächste, was wir benötigen, sind diese Pressure Tubes. Die Pressure Tubes können wir jetzt dann auch schon bauen. Und zwar benötigen die zwei Compressed Eisen und ein Glas in der Mitte. Und das ist der absolute Beginn. Wenn wir jetzt unseren ersten Compressed Eisen haben, wollen wir diese Pressure Chamber Walls und eventuell auch die Glases herstellen. Wir wollen natürlich auch direkt schon diese Interfaces herstellen und diese Walls hier oben. In Verbindung mit den Pressure Tubes. Und das machen wir folgendermaßen. Zuerst einmal packen wir ein Compressed Iron Ingot in die Mitte der Werkbank und drumherum einfach ganz normalen Stein. Also keinen Cobblestone, sondern einen richtigen Stein. Und dann bekommen wir diesen Reinforced Stone heraus. Den packen wir dann wiederum in die Werkbank, so wie wir es hier sehen. Und dann bekommen wir den Pressure Chamber Wall heraus. Und das ist dann der Block, den wir hier einzeln dran setzen können für unseren ersten Multi-Block. Wir können das auch komplett dicht machen. Ihr müsst das Glas hier nicht benutzen. Aber wenn ihr das Glas benutzen wollt, wäre dann das Rezept mit diesen Reinforced Bricks in der Mitte ein Glas. Und dann bekommt ihr die 16 Chamber Glasses heraus. Das nächste, was wir ja benötigen, sind diese Wolfs hier oben. Theoretisch würde einer reichen. Ihr könnt aber auch mehr aufbauen. Und die können wir auch relativ simple herstellen, indem wir dann einmal die Compressed Iron drumherum packen und die Pressure Tubes in die Mitte. Und wir bekommen schon 16 von denen heraus. Wovon wir ja zwei, drei Stück für die erste Druckluftkammer benötigen. Und jetzt bauen wir diesen Multi-Block. Der Multi-Block ist recht simpel zu bauen. Wir bauen, also man kann den auf 3x3x3 bauen. Ich empfehle aber direkt die größere Variante zu bauen, weil so teuer ist er dann doch nicht von den Ressourcen, die wir benötigen. Heißt also, wir bauen ein 5x5 Feld. Können den auch von der Höhe her ein bisschen variieren. So, dann könnten wir den hier oben auch einfach dicht machen. Also, wie gesagt, das Glas, das muss nicht sein. Dann machen wir noch die Seiten fertig. So, und hier vorne benötigt, oder auch an den Seiten, je nachdem, wo ihr wollt, benötigen wir jetzt noch ein paar zusätzliche Blöcke. Zum einen brauchen wir zwei Interfaces. Die zwei Interfaces, ich packe das nochmal hier hin, müssen einmal quasi rein und raus zeigen. Also egal, wie rum ihr das jetzt machen wollt. Einmal das blaue muss rein und einmal das blaue muss raus zeigen. So, dass ihr am Ende ja quasi hier einmal gelb oder orange und einmal blau nach außen habt. Dann könnt ihr da jetzt auch Gläser dran tun. Wie gesagt, muss nicht sein, aber macht es ja ein bisschen optisch schöner eigentlich. Und hier oben oder auch an den Seiten, aber mindestens einmal benötigt ihr dann noch diesen Pressure Chamber Wolf. Und ihr habt es schon gehört. Und ich meine, man sieht es auch. Schon ist der Multi Block fertig. Und auch diese Behälter hier haben sich geöffnet. Wenn wir jetzt einen Rechtssicht machen, haben wir hier diese 5x5x5 Pressure Chamber. Die kann man auch mit 3x3x3 oder 4x4x4 bauen. Aber wie gesagt, die große ist nicht so teuer. Wir sehen auch direkt hier optisch schon. Wir haben einen blauen Pfeil rein und einen gelben Pfeil raus. Bedeutet also, bei blau kommt etwas herein und bei gelb kommt dann etwas heraus. Und da das ja eine Werkbank ist, kommen hier unsere Materialien herein und hier kommen sie dann fertig gequavtet heraus. So eine Druckluftkammer funktioniert aber natürlich nur mit Druckluft. Ich habe das hier ja schon ein bisschen aufgebaut. Und zwar haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten, am Anfang Druckluft zu erzeugen. Wir haben einmal diesen Air Compressor. Den schauen wir uns jetzt gleich an. Und wir haben einmal hier unten, ich habe es ein bisschen versteckt, den Terminal Compressor. Der Terminal Compressor ist erstmal grundsätzlich schneller im Druckluftaufbauen als der Air Compressor. Der benötigt aber dafür dann auch noch zwei Materialien. Einmal Hitze und einmal Kälte. Ihr könnt das auch an der Süd- und Nordfront machen oder einfach nur an der Ost- und Westfront, wie ihr halt möchtet. Je nachdem wie viel ihr benutzt, desto schneller ist dann auch die Temperatur und dann dadurch die Druckluft. Hier ist nochmal wichtig, wenn ihr Lava- oder Magmablock hier nutzt oder auch hier Eis oder Pact-Eis benutzt oder auch Blue-Eis, verwandelt sich das nach einer Zeit zu anderen Blöcken. Zum Beispiel der Magmablock geht zu Netherwag und die Lava geht zu Obsidian und das Pact-Eis oder auch Blue-Eis geht dann zu flüssiges Wasser. Und hier muss man dann natürlich mit der Zeit schauen, dass man die Hitzeblöcke und Kälteblöcke wieder austauscht gegen richtige. Oder man ist mit diesen aktuellen Drucksituationen zufrieden und benötigt nicht mehr, dann braucht man das auch nicht weiter austauschen. Das nächste ist dann dieser Air-Compressor. Der Air-Compressor ist ein bisschen günstiger und auch ein bisschen langsamer. Und den schließen wir genauso auch wie den Thermal-Compressor mit Druckluftschleuchten an die Druckluftkammer an. Das ist ganz wichtig. Und der Air-Compressor benötigt irgendein Material, was brennen kann. Heißt also, wir tun einfach mal Kohle rein und wir sehen schon links oben, der Druck, der steigt, aber sehr, sehr langsam. Aber er steigt. Ihr könnt jetzt natürlich auch mehrere Druckluftkammern, Air-Compressor dransetzen oder auch mehrere Thermal-Compressor. Dann steigt der Druck schneller. Müsst aber aufpassen, wenn ihr zu viel Druck habt, dann können auch gewisse Items einfach mal explodieren. Das sind zwar keine Creeper-Explosionen, die die Umwelt zerstören, aber die zerstören euch unter Umständen den Air-Compressor oder auch Teile von dem Multi-Block hier oder auch später wirkliche Maschinen. Deswegen ist es auch darauf zu achten, dass die Druckluft immer diesen kritischen Stand nicht erreicht. So, das nächste, was wichtig ist, zum Beginn müsst ihr ja auch dafür sorgen, dass Items hier reinkommen und Items hier rauskommen. Am einfachsten macht ihr das beim Input, also da, wo es blau ist, mit einem Trichter. Wenn jetzt hier Items reingepackt werden, werden sie automatisch in die Druckluftkammer geschleust. Und bei dem Output packt ihr dann einfach eine Kiste dran und die Resultate kriegt ihr dann hier in der Kiste angezeigt. Jetzt ist es nochmal wichtig, ich habe es hier gerade schon mal ein bisschen mit Eisen gefüllt, dass ihr beim Output diesen Button hier beachtet. Und zwar, wenn ihr All Exporting macht, dann werdet ihr keine großen Rezepte bauen können. Ich glaube, das ist dafür da, damit man, wie es auch glaube ich gerade hier steht, damit man falsche Rezepte, die man sich gebaut hat, direkt wieder aus der Kammer herausbekommt. Aber das ist halt ganz wichtig, wenn ihr Rezepte baut, die mehr als einen Block benötigen, wie das hier zum Beispiel, muss das auf jeden Fall auf Crafted stehen. Also von vornherein achtet erstmal darauf, dass das nur auf Crafted steht. Wenn ihr merkt, ihr habt hier was Falsches reingetan und wollt das gerne wieder rausholen, dann macht das mal kurz auf All. Und dann kriegt ihr euer, in dem Fall beispielsweise Eisen auch wieder heraus. Hier ist es. Aber um was craften zu können, lasst es auf Crafted. Gut, jetzt braucht das System Druckluft. Wie gesagt, Druckluft ist ungefähr unsere Stromvariante. Und wenn wir hier einmal auf Zeige Rezepte gehen, können wir sehen, zum einen, wie bauen wir etwas. Also beispielsweise hatte ich ja gesagt, über diese Kammer kann man auch Compressed Iron herstellen. Das wäre dann hier. Packt Eisen rein, es kommt Compressed Iron heraus. Aber nur dann, wenn ihr mindestens zwei Bar an Druckluft habt. Okay, ihr könnt das beschleunigen, wie gesagt, mit mehr Air Compostoren oder mit mehr Thermal Compostoren oder auch einfach abwarten. Aber worauf ich hinaus wollte, hier mit dem Button Zeige Rezepte können wir uns jetzt durchklicken, was wir alles benötigen. In der nächsten Folge kann ich schon mal sagen, benötigen wir auf jeden Fall Transistoren. Wir benötigen das Edging Asset Bucket. Wir benötigen auch die Empty PCB. Compressed Iron ist immer etwas, was wir benötigen. Wir benötigen Capacitor. Und ich meine, das war's für den Anfang. Ja. Und das gucken wir uns in der nächsten Folge an. So, also unterm Strich ist wichtig. Chamber benötigt genug Druckluft, benötigt die richtigen Rezepte, In- und Output, Trichter- und Truhen-System und entweder über Air Compressor oder über den Thermal Compressor die Druckluft beschleunigen. Ja. Wenn ihr jetzt schon Fragen sind, gerne denkt in die Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Video, wo wir uns die ersten Rezepte auch außerhalb der Druckluftkammer angucken. Okay.